Das war knapp. Deathwall. Von die Dreier-Salve, ey. Da sind sie. Wie mein ich? Maulwerf, oder was sind das? Sie sind unermüdlich. Was das eine Matsche ist, ne? Komm, immer wieder. Der Fernseher geht kaputt. Na, das ist nur das Signal. Oh mein Gott! How crazy is this guy? Attack! Ja! So macht man das. Sind wir beim Speedrun oder was? Ne, Mann. Lehmann. Lehmann! Lehmann Brothers, The Lemon. Wir haben die zweite Welt gepackt. Die Zitronenbrüder. The Lemon Brothers. Ich denke, die dritte. Dritte ist... Äh, Water. Ich hasse in jedem Spiel... Ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Unterwasser-Levels. In jedem Spiel. Ich kann sie nicht ab. Dieses träge Laufen... It's like you're on the moon. With shit in your pants. Jetzt bekomme ich einen Brief von Toadstuhl. Sie schenkt mir die Wolke. Damit können wir ein ganzes Level überfliegen. Wenn du danach das Level aber nicht schaffst... War die Wolke. Fün... After. Cool, ich darf anfangen. Ich könnte jetzt durch die Röhre gehen und da hinten rauskommen. Ich habe es gehaaaast... With the big fish, you know. What are you doing? There are donuts in the water. The Pills. And... Glowing plants. Jetzt geht's triggernlos hier. Da ist Auftrieb. Oh... Hallo... Er sieht Essie, wollte ich schon sagen. Wie er sei. Ich spuck die aus, ne? Da würde ich ganz langsam... Like slow-mo. Like a slow-mo. Broken home. This can't stop me. Ja, heute auch ein Gespräch hier, Ravioli, über Musik. Like a slow-mo. Ja, was ich aktuell bei der Musik permanent total nervig finde, ist dieses Stimmelverzerren à la chair. Ich kriege bei jedem dritten Lied, kriege ich einen Anfall, wo sich das dann so robotermäßig ein bisschen anhört. Das finde ich so schrecklich. Vogel schießt da, glaube ich, aktuell Shakira ab. Wie gesagt, ich habe wieder das Tonic-Album ausgepackt und die CD war so zerkratzt. Warum? Ja, weil die im Auto waren. Was soll das denn? Und aber mein Windows hat die CD irgendwie dann noch gelesen bekommen und hat den MP3 umgewandelt. Also für euch da draußen, googelt mal nach Tonic. Casual Affair. Für die Gin Tonic, aber halt nur Tonic. Ja, und dann Casual. Das kennt ja jeder von Casual Gang. Das ist eine super irische Band gewesen. Casual Affair, genau. Casual. Das war damals auf einer N64-Kassette. Also eine Promo-Videokassette, VHS, die man im Laden kaufen konnte. Ne, die gab es umsonst, ne? Masa anrufen. Das war zu kurz. Call the Nosa. Nein! Was hättest du denn bekommen? Zwei. Immerhin, ne? Besser als nichts. Ja, Tonic. Casual Affair. Ja, super Band. Super Band. Ja, vor allem, dieser geile Song, der hat bei YouTube, hat ja nochmal jedes Lied. Milliarden Views. Aber der überhaupt nicht. Wo bin ich? Ich habe mich gar nicht gesehen, weil ich aussehen wie so ein Busch da. You're Bushman. Die fallen runter, yeah. Nein, das war nicht gut. Hier kommt auch der Monster Fisch. Der Monster Cheap, you know. Flying Cheap Cheap, Hopping Cheap Cheap. Der ist so cheap. Ich wollte dir voll an den Kragen, ey. So cheap. Yes. Ach, ist das cool, ey. Oh, meine Güte, war das wieder knapp. Leckt mich in die Tasche, ey. Oh, yay. Ja. Power. Teenage Mutant Ninja Power. Wait a sec. Nein, der schießt ja zweimal. Ein kleiner Horrorladen. Kleiner Horrorladen. Das war ein Musical, war das. Was gibt es denn da für Musik? War das nicht? Ich meine, das wäre ein Musical gewesen mit, ähm. Musik von Popzombie. Oh mein Gott. I like it hard. Wie hieß denn der Hauptdarsteller nochmal? Der mit der Brille, der bei Ghostbusters mitgespielt hat. Ja. Boah, wie geil war das denn? Hast du den Move gesehen? Zweimal, ne? Remember. Ey. Sam Fisher hieß der. Sam Fisher, ja. Boah. Da geht's einem an die Pumpe. Das geht an die Substanz. Ich meine, das wäre ein Musical. Die Pflanze hat doch immer gesungen. Die wollte doch Sänger werden. Oder diese riesen Pflanze in diesem kleinen Laden, die gesungen hat. Der kam letztens, glaube ich, noch kurz im Fernsehen. Hammer Brother unter Wasser. Viel Spaß. Ach du Scheiße. It was a bad decision, man. What's a pattern? Ach, du machst das. Ach, du machst das. Wir kommen in unseren zwei Stunden nicht. Aber wir sind gut dabei, ne? Wie viel Zeit haben wir schon verbraucht? Keine Ahnung. 15 Minuten. Bestimmt nur. Nein. Ne, bestimmt schon mehr. Pick a box. Ja, wir nutzen auch gar keine Items. Wir sind so pro. Wenn wir mal pro sind. Yeah, frog suit. Kannst du schwimmen unter Wasser wie ein Gott. Nicht wie ein Frosch. Swim like a God. Guck mal, das ist auf Land. Ach, nee. Nee. Wir legen jetzt fest. Nee. Das schlimmste Level. Das ist so ätzend. Das musst du 5000 Mal spielen, um irgendwie erfolgreich zu sein. Und ich gehe da ganz bestimmt nicht runter. Ich hasse diesen Frosch. Ich hasse diesen Frosch. Gott. Nein. Der packt einmal zu, dann bist du weg. Dann ist es vorbei. Und vor allem schießt du ihn ab, kommt er direkt wieder. Dann dauert es zwei Sekunden, dann ist er wieder da. Dann ist er wieder. Dann ist er gerade leiser. Da ist er. Ist so blöd. Münzen aus München. Keine Ahnung, ob ich auf den Spruch gerade komme. Dann wirst du auch so runtergeschleudert. Dann schleudert er dich direkt ins Wasser. Manson from money. Ach du, meine Güte war das krass. Manson from money and the chicks for free. Ich habe es gepackt. Packst ein Fettel. Halala. Ja, bei Gitter Hero 5 ist Sultans of Swing drauf. Wer ist das? Also der Track von Dire Straits. Ah. Ach, das ist cool. Ich muss den Herrn mal zocken. Das 5 ist, wie gesagt, gar nicht mal so grenzwertig. Gar nicht mal so gut. Vielleicht willst du dich groß machen oder so? Du hast ja voll die Abwechslung. Pilzstern, Pilzstern. Oh yes. Guck mal, mehr Grafikdetails. Das ruckelt immer noch. Wer wagt, gewinnt. Jawohl. Das ist die Burg. Was ist das? Das ist die Unterwasserburg. I want this. Das hat es jetzt gebracht. Du kannst auch noch weiterlaufen. Genau. Ach, du Scheiße. Speedrun. Jawohl. Ja, du hast es geschafft. Ne, da kommst du nicht mehr hoch. Gott. Ich frage mich, wie er in diese Röhre krabbeln kann. Ohne Quatsch jetzt. Nimm die dritte. Third door. Shit. Ja, da musst du hin, genau. Dann ist vielleicht die vierte Tür. Ich weiß es nicht. Habe ich die vierte nicht eben genommen? Ne. Zwei. Drei. Doch. Man. Nein, du hast gerade die dritte genommen. Was ist das denn da für eine Röhre? Ja, davor habe ich doch die vierte genommen. Ne, die dritte hast du genommen. Ach so, davor. Davor habe ich die vierte genommen. Aber da bist du doch ganz woanders rausgekommen. Ja, da bin ich hinten bei dem Neben rausgekommen. That's very strange. Wie viel Auswahl haben wir hier nicht, ne? Doch. Soll ich weiterlaufen? Na mach mal. Das ist die sechs, ne? Ja. Das ist wenigstens einleuchtend. Nicht solches. Lauf oben lang, lauf unten lang, lauf mittelang. Und du bekommst noch nicht mal viel Schleif. Ach shit. Boah. Ja, der kann fliegen. Flying towards me. Paracooka. Urr. Das ist durch meinen Fuchsschwanz imprudiert. Psch, psch, psch.